Angetascht im Job, Chaos zu Haus, die Oma tot, der Mann geht aus, lass mich nicht meine gute Laune nehmen, nehmen, geh wie ne Paprika, geh wie ne Paprika. Der Genoss aus knackig-kühler Zartbitterschale und lockerer Luft. Grüne Paprika. Einfach mal genießen. Oh, hello there. My name is Neil Dudgeon. You might know me from Inspector Barnaby, or from... Okay, you probably just know me from there. I want to invite you to visit Britain. Untouched nature, beautiful landscapes, and the breakfast of your life. We British invented so much. Penicillin, the World Wide Web, and the sweetest and the greatest invention of all, ginger spice. The Euro never came to Britain. Don't make the same mistake. Visit the home of Prince Harry, Oasis, and bad toothache. The idea that the British have bad teeth is just a stupid prejudice. Visit Britain. Can these teeth lie? Guten Tag. Hallo. Ein Witz darüber, wie sich Claudia und Stefan Effenberg auf dem Oktoberfest geküsst haben. Piep. Ein Witz über Boris Becker. Piep. Der ist nämlich pleite. Ein Witz über Rainer Kallmund. Piep. Weil der nämlich so dick ist. Und ein total ironischer Werbespot. Piep. Das macht dann zusammen 17,50 Euro im Monat. Piep. Machen wir Zeit für Late Night Berlin sonst gar nichts. Anzocker! Nur bei Late Night Berlin. Jede Woche Markengags zu Discountpreisen. Immer Halligalli. Immer lustig. Immer Klaas. Dann geh doch zu Klaas! D- Untertitelung des ZDF, 2020